Sie ist viel Spaß, besonders hier mit uns. Danke Pastor, dass ich heute hier bei euch sein darf. Ich habe schon etwas gehört, dass ich auf eine spezielle Art und weise auch schon einmal in Serbien war. Als ich eine Teenagerin war, habe ich Fussball gespielt. Ich bin ein grosser Fussballfan. Vielleicht sind auch einige hier, die Fussballfan sind. Ich habe damals für die schweizerische Nationalmannschaft gespielt. Leider nie gegen Serbien. Aber gegen andere Länder. Aber ich habe gemerkt, dass der Fussball mich auf die Länge nicht zufriedengestellt hat. Und ich wusste von Gott. Und Gott hat mich herausgefordert. Und Gott hat mich ein ganzes Leben gefordert. Gibt mir dein ganzes Leben. Und das habe ich dann getan. Und Gott hat mein Leben völlig auf den Kopf gestellt. Und ich bin von der Fussballerin zu einer Bibelschmucklerin geworden. Und Gott hat mich auf das Herz gelegt. Gott hat mich auf das Herz gelegt. Den Menschen, die keine Bibel hatten. Da die Bibel verboten war. Oder da, wo es ihnen eine Bibel zu bringen. Das war damals nicht legal. Das war damals nicht legal. Und deshalb haben wir die Bibel jeweils im Auto versteckt. Und dann haben wir die Bibel über die Bibel über die Grenzen gebetet. Und dann sind wir über die Grenzen gebetet. Und dann sind wir in die Tschechoslowakei gefahren. Wir sind in die Tschechoslowakei. Nach Ungarn. In die Maaschur. Nach Russland. In Russland. Nach Bulgarien. In die Bulgarske. Nach Rumänien. In die Rumunien. Und sehr oft sind wir durch Ex-Jugoslavien gefahren. Und vor 34 Jahren war ich an der rumänischen Grenze hier in der Nähe. Und da haben sie mein Auto auseinandergenommen. Und haben die Bibel gefunden. Und dann haben sie mich verhaftet. Und die ganze Nacht haben sie mich verhört. Und dann nach einem Tag haben sie mich wieder freigelassen. Aber das Auto hatten sie konfisciert. Und ich musste zu Fuß zurück nach Jugoslavien. Ich hatte keine Ahnung wo ich war. Und wie es weitergehen soll. Und Gott hat dann einen Engel geschickt. Und dann haben sie uns einen Engel geschickt. Und dieser Mann hat uns zu einer Busstation geführt. Und der Bus fuhr uns dann nach Trenjanin. Und der Bus fuhr uns dann nach Trenjanin. Dort hatte es ein Hotel. Und wir konnten dann alarm schlagen, dass wir Hilfe von Deutschland bekamen. Und das war für mich ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Das war für mich ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Und dann hat Gott mich in den vollzeitlichen Dienst gerufen. Und ich bin jetzt seit 30 Jahren in der Kirche in Zürich tätig. Und ich bringe euch ganz herzliche Grüße mit aus der Schweiz. Es ist so schön zu sehen, wie Gott hier seine Kirche baut. Und ich möchte euch einfach ermutigen. Und ich möchte euch heute Abend über ein Thema sprechen. Wie können wir hofnung haben, auch wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Wie können wir da haben, auch wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Bist du auch schon einmal durch eine schwierige Zeit gegangen? Bist du auch schon einmal durch eine schwierige Zeit gegangen? Hatte du auch schon einmal einen Plan und er ist nie nach viel gegangen? Ste imali neki Plan, der sich nicht mehr auf die Zeit gespuniert? Vielleicht kämpfst du mich zuhtern in deinem Leben? Und du kämpfst und du kommst nicht davon los. Und du kämpfst und du kommst nicht davon los. Oder du lebst in eine schwierige Zeit. Oder du lebst in einer schwierigen Situation. Und du bist in der Gefahr, die Hoffnung zu verlieren. Du sagst, ich bin am Ende meiner Kräfte. Und ich weiss nicht mehr weiter. Und ich weiss nicht mehr weiter. Aber weisst du, Gott hat immer noch einen Plan für dein Leben. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Und ich glaube, Gott hat ein Wort der Ermutigung für dich. Also in der Bibel finden wir viele Glaubenshelden. Menschen, die wir bewundern. Aber sie alle gingen durch schwierige Zeiten hindurch. Aber sie sind alle durch sehr schwierige Zeiten. Ich denke, dass zum Beispiel an Josef. Josef aus dem Alten Testament. Josef aus dem Alten Testament. Er hat sehr viel Ablenung erlebt in seinem Leben. Er war in einer Familie die wirklich nicht gut funktionierte. Er hatte elf Brüder. Die gegen ihn waren. Er war in einer Familie. Nur sein Vater verwöhnte ihn. Er kam unschuldig ins Gefängnis. Er wurde vergessen von Freunden. Prijatelji su ihn zaboravili. Er hatte allen Grund und mutig zu sein. Stell dir vor, seine Brüder verkauften ihn, als er 17-jährig war. Sie wollten ihn loswerden. Und so kam Josef in ein fremdes Land. Nach Ägypten. Eine ganz andere Kultur. Eine andere Sprache. Und er musste dort als Sklave arbeiten. Und da war Gott mit ihm. Aber Gott war mit ihm. Und Potiphar hatte gefallen an ihm. Und Potipharu se ondopel. Und er wurde der Chef über sein ganzes Haus. Aber da war noch die Frau von Potiphar. Aber da war noch die Frau von Potiphar. Die wollte ihn verführen. Die wollte ihn verführen. Aber Josef sagte nein. Er wollte Gott treu sein. Und dann hat sie versucht, Josef zu packen. Und er riss sich los und floh. Und die Frau von Potiphar hat nachher gesagt, er wollte mich vergewaltigen. Und wisst ihr, was geschehen ist? Josef hat das Richtige getan. Und er kam dafür ins Gefängnis. Und er war im Gefängnis für etwas, was er nicht getan hat. Er war im Gefängnis für etwas, was er nicht getan hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann im Gefängnis trafen zwei Leute vom Farao. Und sie hatten träume. Und Gott gab Josef die Antwort auf diese träume. Und er konnte sie auslegen. Und sie wurden am nächsten Tag befreit. Und Josef sagte zu ihnen. Und Josef im ja sagte, bitte denkt an mich, wenn ihr rauskommt, damit mir geholfen wird. Und was war passiert? Seine Freunde haben ihn vergessen. Prijatelje su ihn zaboravili. Ist das ein schönes Leben? Nein. Große Probleme. Nein. Puhne Probleme. Men es ist gesagt, hofnungslose Situationen. Ljudske glede ich eine beznadežte Situationen. Oder ich denke an David, König David. Seine erste negative Erfahrungen machte er schon als Kind. Svoje prvog Negativne istkusten da žive es kod Dete. Eines Tages kam der Prophet Samuel zu seiner Familie. Um den nächsten König auszusuchen. Und der Vater von David sammelte alle seine Söhne. Aber David liese bei den Schafen. David war nicht wichtig. Er spielte keine Rolle in der Familie. Vielleicht kommst du auch von einer Familie. Wo man dich übergangen hat. Gde te svi obilaze. Wo du nicht wichtig warst. Gde nisi bitan. Könnt ihr euch vorstellen wie er sich fühlte? Možete dann da zamislite kako se on osseća. Später kam er dann zum König Saul um dort zu dienen. Kasprig kam er dann zum König Saul um dort zu dienen. Er war ein wunderbarer Musiker. Und währenddessen er vor Saul spielte. Saul war so eifersüchtig auf ihn. Da warf er mit den Speeren auf ihn. Er wollte ihn umbringen. Und wisst ihr, David musste fliehen. Er verlor seinen Job. Er verlor sein ganzes Einkommen. Er verlor seine Sicherheit. Er verlor auch seine Frau. Er verlor auch seine Frau. Die wurde einfach einem anderen Mann gegeben. Und von da war er Tag und Nacht auf der Flucht. Und König Saul hat ein Kopfgeld ausgeschrieben. Wer David findet, der wird reich belohnt. Wisst ihr, die Armee von Saul suchte ihn Tag und Nacht. Und David wurde müde. Ständig auf der Flucht. Ohne Hoffnung. Und in der Bibel lesen wir in 1. Samuel Kapitel 27 Vers 1. Dieser Vers beginnt mit folgender Aussage. Und David dachte. Er dachte, es hat alles keinen Sinn. Es gibt keine Hoffnung für mich. Ich gehe jetzt zu den Feinden, zu den Filistern. Dann wird Saul endlich aufhören, mich zu jagen. Und er hat das dann gemacht. Er ging zum König Achisch. Er war der König von Gat. König von Gat. Und dort hat Gott ihm wieder gesegnet. Dieser König war für ihn. Und er gab ihm eine Ortschaft, die heisst Ziklag. Und dort konnte David mit seinen 600 Männern einen Ort finden, wo er leben konnte. Und David wurde zum Leibwächter von diesem König. Und er war ein grosses Vorrecht. Und eines Tages gingen die Filister in den Kampf gegen die Israeliten. Und dieser König von der Filister wollte David dabei haben. Und er sagte, komm mit uns, wir brauchen deine Hilfe. Aber wisst ihr, was dann passiert ist? Die anderen Filistinischen Könige, die wollten David nicht. Die sagten, was, wenn er plötzlich dann gegen uns kämpft? Und so haben sie David und seine Männer wieder nach Hause geschickt. Eine neue Enttäuschung für David. Und nach drei Tagen Marsch. Und nach drei Tagen Marsch. Das war auch ein Marathon. Und das war auch ein Marathon. Kam er zurück in sein Dorf nach Ziklag. Und das Dorf war niedergebrannt. Und das Dorf war spaljene. Und die Frauen und die Kinder waren entführt worden. Und die Frauen und die Kinder waren entführt worden. Könnt ihr euch vorstellen, wie schlimm das war? Oder könnt ihr euch vorstellen, wie schlimm das war? David war von Gott zum König gesalbt. Und jetzt befand er sich in einer solch schlimmen Situation. A on se sade nalazi u tako teškoj Situation. Dass sogar seine eigenen Männer in steinigen Wolken. Dass auch seine eigenen Männer in steinigen Wolken. Was machen wir, wenn wir in Situationen kommen, wo wir in Gefahr stehen die Hoffnung zu verlieren? Was machen wir, wenn wir in Gefahr stehen, die Hoffnung zu verlieren? Wir können sehr viel lernen von David, wie er reagiert hat. Wir lesen in 1. Samuel, kapitel 30. U 1. Samuel 30. glavi čitamo. In versen 3-4. U 1. Samuel 30. glava stihove, 3. und 4. Kada su David i njegove ljudi stigli u ciklag, nađeße ga spaljenog i videße da su im žene, sinovi i kćeri odvedeni u roblje. Na to David i njegove ljudi glasno zaplakaše, pa su plakali do iznemoglosti. Der erste Schritt, den wir gehen solen, wenn wir negative erfahrungen erleben, prvi korak koji treba da napravimo, kada doživimo negativno iskustwo, wir sehen hier was David getan hat. Widimo šta je David ovde uradio. Sie schrien vor schmerz laut und sie weinten vor Gott. Es heisst, ja sie weinten bis sie nicht mehr weinen konnten. Plakali su do iznemoglosti, dok više nisu mogli plakati. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir es lernen vor Gott zu weinen. Jako je važno da naučimo da plaćemo pred Bogom. Vielleicht denkst du jetzt. Možda ti sada misliš, ja, weinen, das ist etwas für die Frauen. Misliš, pa, plakanje to je nešto za žene. Aber ich bin a man. Ali ja sam muškarčina. Männer weinen nicht. Muškarci ne plaću. Weiss nicht wie es bei euch in Serbien ist. Ne znam kako je to kod vos u Srbiji. Aber Schweizer Männer weinen nicht. Das ist ein zeichen der Schwäche. Jed je to znak slabosti. Aber David und seine 600 Männer, sie weinten vor Gott. Aber David und ein 600 Menschen, sie weinten vor Gott. Kennt ihr den kürzesten Vers in der Bibel? Er steht in Johannes 11, 35. Stoji u Jovanovom Evanđelju, 11. glava 35. Dieser Vers hat nur zwei Worte. Ima samo dve reči. Und es heisst dort. I kaže. Jesus weinte. Jesus zaplaka. Jesus ist unser größtes vorbild. Jesus ist unser größtes vorbild. Und er weinte. Und er weinten. Wir müssen lernen, unser Herz vor Gott auszuschüttet. Und wir müssen lernen, dass wir unser Herz vor Gott auszuschüttet. Es ist so wichtig, dass wir mit all unseren Enttäuschungen zu Gott kommen. Das wir unser Herz auszuschüttet vor Gott. Und dass wir unser Herz auszuschüttet. Und auch nicht, dass wir unsere Gefühle bei anderen rauslassen. Oder dass wir unsere Gefühle nicht stresen, sondern wir müssen zu Gott kommen. Und ihm sagen, wie wütend dass wir sind. Wie enttäuscht dass wir sind. Wie schmerzvoll alles ist. Gott hat kein Problem damit. Du musst dir um ihn keine Sorgen machen. Er kommt damit zurecht. Aber wichtig ist, dass wir zu Gott kommen. Wenn du es nicht lernst, dein Herz vor Gott auszuschüttet. Und du deine Gefühle unterdrückst. Und du sie ausbierst und sie kreifst. Dann wird es früher oder später an einem anderen Ort zum Vorschein kommen. Dann wird sie auf ein anderes verabschenswertes Mästum. Dass du falsche Entscheidungen triffst. Und dann wird sie verabschenswertes Mästum. Dass du plötzlich dich in einer Affäre befindest. Oder dich in eine Sucht hineinstürzt. Oder du sie in eine Zauber weil du mit deinem Gefühlswelt nicht mehr zurechtkommst. Aber es ist so wichtig dass du es lernst dein Herz bei Gott auszuschüttet. Und deswegen ist es wichtig dass du dein Herz bei Gott auszuschüttet. Das war das erste was David getan hat. Das zweite was er getan hat. Er hat sich geveigert bitter zu werden. Wir lesen das in Vers 6. Es heisst dort dass er sich in einer schwierigen Lage befunden hat. Und dass seine Männer so verbittert waren wegen ihren Frauen und Kindern die ihm führten wurden. Und dass sie darüber reden Es sind immer die anderen. Und wenn das dein Muster ist im Leben, den Fehler ima bei den anderen zu sehen, dann endest du schlussendlich in bitterkeit. Wir sagen dann, warum hat sie mich verlassen? Warum hat er mich betrogen? Warum hat er mich betrogen? Dann ist eben Gott schuldig. Warum hat er es zugelassen, dass ich krank bin? Warum ist mein Ehepartner gestorben? Wo warst du? Wenn wir diese Warum-Fragen stellen, dann führen sie uns keinen Schritt weiter. Sondern wir enden in bitterkeit. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir an den Punkt kommen, da wir die Situation akzeptieren. Gde wir die Situation akzeptieren. Wir wissen, die Akzeptanz ist so entscheidend wichtig. Und wir sagen können, ja, ich habe ein Problem. Da možete da priznate, da kažete, da, ja imam problem. So lange du die Situation nicht akzeptieren kannst, Dokle god ne mozeš da prihvatiš situaciju u kojoj se nalaziš, dass sich nichts verändern können. Nischta se neće moći promeniti. Also vielleicht bist du geschieden. Možda si razveden. Aber du hältst immer noch an deinem ex-mann oder ex-frau fest. Aber jo immer se grčeveto držiš sa svog bivšeg supružnika. Obwohl ero, dass sie schon längst wieder verheiratet sind. Iako su oni, možda, već u drugom braku. Du musst loslassen. Moraš da pustiš. Das ist so entscheidend wichtig. Jer je to presudno. Wenn wir das nicht tun. Ako to ne činimo. Dann halten wir am schmerz fest. Držimo se bola. Und solange wir am schmerz fest halten. A dok je god se držimo bola. Bleibt er lebendig. On ostaje živ. Und wisst ihr, wem wir schaden, wenn wir am schmerz fest halten. A znate, kome najviše škodimo, kad se držimo tog bola? Nicht dem anderen. Wir schaden uns selbst. Nego sami sebi. Seht, schmerz ist unvermeidlich im Leben. Boli je neizustavni del života. Gott hat uns kein schmerzloses Leben versprochen. I Bog nam nie obieća bezbolan život. Gott hat uns kein einfaches Leben versprochen. Nien obieća čak ni jednostavan život. Aber er hat uns gesagt, dass wir siegreich sein können in jeder Situation. Ali nam je obieća, da možemo biti pobednici u svakoj situaciji. Aber ohne kämpfe gibt es keinen Sieg. Wir müssen lernen, auf die Art und Weise zu kämpfen, wie Gott es gefällt. Aber wir müssen lernen, dass wir uns auf die Art und Weise zu kämpfen, wie Gott es gefällt. Und Gott will, dass wir loslassen. Und dann gehen wir zum dritten Schritt. Also das erste ist, wir weinen vor Gott. Das zweite ist, wir weigen uns bitter zu werden. Und das dritte ist, wir finden neues Vertrauen in Gott. Und das dritte ist, dass wir uns auf die Art und Weise zu kämpfen, wie Gott es gefällt. Und das das Vertrauen in Gott ihm neue Kraft und neue Mut gab. Man könnte auch sagen, dass David sich in seinem Gott stärkt. Možemo da sagen, dass David sich in seinem Gott stärkt. Und dadurch bekam er neuen Mut. Und das ist, dass du eine Beziehung mit Gott pflegen musst. Es genügt nicht nur in Gottes Dienste zu kommen. Es ist wichtig, dass du eng mit Gott lebst. Nego da imaš blisko Zajednisstvo sa Bogom. Wo du dich entscheidest, oh Gott, ich will dir vertrauen. Auch wenn ich vieles nicht verstehe. Wie geschieht das? Und ich will nicht verstehen, wie sich das zu tun. Was ganz wichtig ist, dass wir zu Gott kommen. Presudno ist, dass wir Gott in seinem Wort suchen. Dass wir Gottes Führung suchen. Dass wir Gottes Führung suchen. Es ist sehr interessant, im Vers 8. Da beginnt dieser Vers folgendermassen. Und David fragte den Herrn. Früher, da dachte David. Säteite, dass er zu den Felistern geht. Er hat eine eigene Entscheidung getroffen. Und die Situation wurde noch schlimmer. Aber jetzt kam er zu Gott. Und er sagte, Gott, was soll ich tun? Und er fragte Gott, was soll ich tun? Und er fragte Gott, was soll ich tun? Soll ich diese Räume, Bande verfolgen? Da proganjam ove Pljačkaše? Werde ich sie einholen? Hoffentlich kann ich die Frau und die Kinder zurückholen? Mog ich die Frau und die Kinder zurückholen? Und Gott hat das geehrt. Und Gott sprach zu ihm. Ja, geh, verfolge sie ihm. Da, kreni, odgovori, Gospod. David hat Führung bei Gott gesucht. Jer David je tražio vodstvo u Gospodu, odbog Gospoda. Wenn du verzweifelt bist. Tako da, ako si ti očajan. Wohin gehst du für Führung? Gde ti ideš i tražiš vodstvo? Suchst du antworten bei Menschen? Oder tražiš odgovore kod drugih ljudi? Oder wartest du auf bessere Umstände? Ili čekaš bolje okolnosti? Nein. Ne. Wir müssen uns in Gottes Wort vertiefen. Treba da sudubiš u Božju reč. Gott suchen. Da tražiš Gospoda. Und wenn wir das tun. I kada to činimo. Werden wir gestärkt. Onda postajemo jači. Finden wir neuen Mut. Nalazimo novu hrabrost. Und Gott wird uns führen. I Gospod će nas voditi. Das ist so wichtig. Jer to je tako važno. Und das zweite was, David, was wichtig ist, wenn wir uns in Gott stärken wollen. A ono drugo, što je još jako važno, kada želimo da se ojačamo u Bogu. Ist das wir hilfe auch von anderen annehmen. Da prihvatamo pomać i od drugih. Weiss du, Gottes absicht war nimas dass du alleine durchs Leben gehst. Jer Božji naum za nas nije bio da idemo sami kroz život. Dass du alleine mit deinem Schmerz, mit deinem Versagen zurechtkommen musst. Ja sam moraš da se nosiš sa svojim bolom, sa svojim porazima. Aber wisst ihr, da haben wir ein Problem. Ali imamo Problem. Wir erzählen andrin gerne, wenn Dinge uns gelingen. Rado se hvalimo svojim uspesima kodrugih. Aber wenn wir versagt haben. Ali kada promaschimo i površimo. Wenn wir viele Probleme haben. Kad imamo puno Probleme. Dann verstecken wir uns. Und da se sakriamo. Wir wollen das niemandem sagen. Ne želimo to nikome da kažemo. Denn was werden sie denken von mir? Wenn sie hören, dass ich Probleme habe. Ako čuhen, dass ich Probleme habe. Dann wollen sie nichts mehr mit mir zu tun haben. Neće želiten, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben. Aber das ist eine lüge des Teufels. Aber das ist eine lüge des Teufels. Die Bibel sagt uns so klar. Wir sollen einander unsere Sünde bekennen. Da jedni drugim priznamo svoje grehe und greche. Wir sollen uns öffnen vor einander. Da se jedni drugim öffnen vor einander. Und wir sollen füreinander beten. Und wir sollen füreinander beten. Und wir sollen füreinander beten. Und wisst ihr was die Verheisung Gottes ist? Und wisst ihr was die Verheisung Gottes ist? Und wisst ihr was die Verheisung Gottes ist? Dann wird er uns heilen. Und da će nas iscelti. Das steht in Jakobus, in Kapitel 5. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Dass wir uns nicht isolieren. Dass wir nicht den lügen des Teufels glauben. Und da nicht verhäuern wir Sotonsen. Also er sagt dir, dich kann sowieso niemand verstehen. Znate, On wird es dir sagen, tebisch nicht jemanden. Du bist die einzige Person, die dieses Problem hat. Du bist die einzige Person, die dieses Problem hat. Eine lüge. Aber das ist laž. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Gott suchen. Und das ist wichtig. Dass wir mit dem Problem haben. Dass wir mit einander beten. Dass wir neu Gott vertrauen. Dass wir neu Gott vertrauen. Aber dass wir wieder auf ein weiteres Problem haben. Aber dann sind wir auf ein weiteres Problem. Gott beantwortet unsere Gebete nicht immer sofort. Oder ist das bei euch so? Manchmal testet uns Gott. Nekad nas Bog iskušava. Es gibt wohl kaum etwas, dass uns so schwer fällt wie warten. Auf so viele Dinge im Leben müssen wir warten. Na so vieles. Wir müssen uns warten. Wer wartet von euch gerne? Wer wartet von euch gerne? Ich weiß nicht wie es bei euch ist in eurem Land. Ja ne znam kako ist es hier bei euch. Aber bei uns ist der Verkehr manchmal ganz schlimm. Aber bei uns ist es nicht so schwer. Stundenlang stehen wir im Stau. Seitens znamen wir, dass wir im Stau stehen. Ich habe heute gehört, dass ihr oft sehr lange warten müsst, bis ihr eine Untersuchung machen könnt beim Arzt. Ich kann nur sagen, willkommen in der Schule Gottes. Ich kann nur sagen, willkommen in der Schule Gottes. Alle Glaubenshelden in der Bibel hatten Zeiten, wo sie warten mussten. Nur ein Beispiel. Abraham. Gott hatte eine grosse Verheissung für ihn. Du wirst der Vater vieler Völker sein. Alle Völker auf dieser Erde werden durch dich gesegnet. Du wirst so viele Nachkommen haben wie die Sterne am Himmel. Oder wie der Sand am Meer. Stell dir einmal vor, wenn die Leute Abraham fragten. Abraham, wie heisst du? A, kako sie die Avrame zovehst? Abraham. Pa, Avram. Oh, Vater vieler, das ist die Bedeutung von Abraham. Abraham. Abraham, das ist die Bedeutung von vielen Menschen. Das ist die Bedeutung von dem Namen. Wie viele Kinder hast du? Pa, koliko imaß, Dece? Keine. Nein, nie jedna. Ja, wie alt bist du? Pa, koliko imaß, Godina? Neunzig? Jedna, 90. Können Sie sich das vorstellen, wie peinlich das war? Zahne sich, koliko njemu das war? Er war in der Schule Gottes Gottes des Wartens. Aber Gott kommt nicht zu spät. Gott möchte, dass wir ihm 100% vertrauen. Das ist seine Absicht, wenn wir warten müssen. Dass wir allein auf ihn vertrauen. Dass wir uns nur, nur in njega, pouzdamo. Das führt uns dann zum vierten Punkt. Wenn wir unser Herz vor Gott ausgeschüttet haben, wenn wir uns beigern, bitte zu werden. Und wenn wir Gott ganz neu vertrauen, dann werden wir den Mut haben, wieder in die Zukunft zu gehen. Das ist der vierte Punkt. Du schaust nicht mehr auf das, was negativ war in deinem Leben. Nein, du schaust den Blick wieder nach vorne. Du schaust den Blick wieder nach vorne. Dass David und seine Männer sie nahmen die Verfolgung dieser Räuberbande auf. Und sie haben sie eingeholt. Und sie haben ihre Frau und ihre Kinder wieder zurückgeholt. Und sie haben ihre Frau und ihre Kinder wieder zurückgeholt. Und darum geht es in dieser Botschaft. Und darum geht es in dieser Botschaft. Dass wir mutig sind. Dass wir auf der Herausforderungen. Dass wir uns die Herausforderungen aus verbunden sind. Dass wir uns wieder zurückgehen. Dass wir uns das wieder zurückgehen wieder zurückgehen. Wenn du in der Herausforderungen stehst, dass es nicht das letzte Kapitel dein Leben ist. Gott hat eine Zukunft und eine Hoffnung für uns. Ich möchte zum Abschluss kommen dieser Botschaft und möchte noch einmal von Josef sprechen und ich möchte noch einmal von Josefa sprechen. In seinem Leben ging es nur abwärts. Und Gott erklärte ihm nie warum. Er war im Gefängnis. Für ihn ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Aber dann 13 Jahre nachdem er als Sklave verkauft wurde, aber 13 Jahre, nachdem er ihn als Sklave verkauft wurde, Gott hat Josef aus dem Gefängnis und er wurde zum zweithögsten Mann in Ägypten. Wir kennen die Geschichte. Dann seine Brüder kamen, um Essen zu kaufen. Weil eine grosse Hungersnot damals war. Und schlussendlich kamen seine Brüder und sein Vater Jakob kamen nach Ägypten. Aber dann ist sein Vater Jakob gestorben. Und seine Brüder dachten, jetzt wird sich Josef an uns rächen. Weil wir ihn damals verkauft haben. Wir haben ihn verkauft. Aber wisst ihr, was Josef zu ihnen gesagt hat? Wir lesen das in 1. Mose, Kapitel 50, Vers 20. Er sagte zu seinen Brüdern, ihr hattet böse vor mir. Und das war so. Und dann sagte Josef, aber Gott, er hat es zum Guten gewendet. Aber Gott, Sieht, so oft sagen wir, aber für mich gibt es keine Hoffnung. Aber meine Situation ist so schlimm. Aber ich weiss nicht mehr weiter. Und Gott möchte uns heute Abend herausfordern. Dass wir nicht mehr aber und dann das Negative sagen. Da nicht mehr aber und dann das Negative sagen. Sondern wir lernen es zu sagen. Aber Gott, aber Gott, er kann das Negative in das Positive wenden. Er hat gute Gedanken über mein Leben. Aber Gott, wird mir die Kraft geben. Aber Gott, wird mir den Sieg geben. Er wird mir die Sieg geben. Aber Gott, ist für mich. Er ist für mich. Wollen wir uns heute Abend entscheiden? Wann immer wir das Wort aber verwenden, immer noch Gott dazu zufügen? Dass wir sagen, aber Gott. Und die Bibel sagt uns, dass wir von allen Seiten mit Schwierigkeiten werden, dass wir von allen Seiten mit Schwierigkeiten werden, aber wir lassen uns davon nicht erdrücken. Wir sind oft ratlos. Wir sind oft ratlos. Aber wir verzweifeln nicht. Aber wir werden nicht verfolgt. Die Bibel sagt, wir werden verfolgt. Und dann heißt es, aber Gott, aber Gott, lässt uns nie im Stich, er lässt dich nie im Stich, nicht er tebe und aufstehen. Gott hat Josef für eine bestimmung vorbereitet. Gott hat David für eine bestimmung vorbereitet. Und Gott bereitet auch dich für seine bestimmung vor. Und dich für eine bestimmung vor. Alle Dinge die ihnen zum Besten sluhen denen, die Gott lieben. Ich möchte, dass wir alle aufstehen miteinander. Ich möchte dich fragen heute Abend. Ich möchte dich fragen heute Abend. Gibt es Dinge in deinem Leben. Da li u twoim životu ima stvari? Situation in deinem Leben. Situation in deinem Leben. Wo du sagst, ich brauche Gottes Hilfe. Ich brauche Gottes Hilfe. Und ich entscheide mich heute Abend. Ja se večeras odlučujem aber Gott zu sagen. Da kažem, aber Gott. Gott hat die Möglichkeit. Jer Gott ima moguć. Gott hat die Kraft. Gott ima snag. In meiner Situation. Da u moj situacii ein Wunder zu wirken. Ich möchte die Menschen die heute Abend hier sind. Die neue Hoffnung in ihrem Leben gebrauchen. Die mit Mut in die Zukunft gehen wollen. Koji žele hrabro da ide u budućnost. Bez obzira koliko je strašna tvoja situacija. Da izađi napred. Želimo da se molimo. Želim da tim za slavljen isto izađe.